Auf die Beantwortung dieser Frage freue ich mich schon besonders, denn es geht hier um Bücher, tantrischen Sex und Meditation. Bleib einfach dran! Können Bücher, Übungen, tantrischer Sex oder bloßes Verstehen überhaupt zur Erleuchtung führen? Tja, da wollen wir mal schauen. Wenn man sich auf den spirituellen Weg macht oder der spirituelle Weg zu einem kommt, will man ja irgendwo anfangen. Meistens liest man zum ersten Mal ein bestimmtes Buch, was einem besonders anspricht oder was einem empfohlen wurde. Und dann fasziniert einen die Materie wahrscheinlich und man begibt sich immer tiefer in die Höhle des Wunderlandes der Esoterik und Spiritualität. Das kennst du wahrscheinlich auch. Möglicherweise hast du auch alle möglichen anderen esoterischen Heilverfahren ausprobiert oder Seminare besucht, Energiemethoden und so weiter und so fort. Doch nach einer gewissen Zeit merkt man, dass es irgendwie nicht weitergeht. Man hat hunderte von Büchern gelesen, war schon auf tausend Satsangs übertrieben gesagt und auf zig Seminaren, hat vielleicht auch schon einigen spirituellen Lehrern gegenüber gesessen, aber irgendwie geht es nicht vorwärts. Und dann kommt die Frage hoch, was mache ich eigentlich? Ist das der richtige Weg? Mache ich einen Fehler? Oder muss ich noch weiter suchen? Muss ich noch mehr lesen? Muss ich noch mehr tun? Woran liegt es, dass es nicht vorangeht? Die Antwort ist etwas komplexer. Natürlich kann auf dieser relativen Ebene dieses Daseins ein Buch sehr helfen. Manche Bücher strahlen tatsächlich eine gewisse Seinskraft aus und es ist durchaus hilfreich, sich mit ihnen zu befassen. Doch irgendwann muss der Punkt kommen, wo du das alles loslässt. Denn ein gutes spirituelles Buch oder ein guter spiritueller Lehrer zeigt immer nur auf dein Inneres. Ein gutes spirituelles Buch und ein guter spiritueller Lehrer sagt nicht, schau mich an, sondern schau in dich hinein. Es soll keine Bindung hergestellt werden, die man dann über Jahre aufrechterhält, sondern es ist absolut notwendig, dass diese Begegnung nur von kurzer Dauer ist. Und dann musst du den letzten Weg allein gehen. Selbsterforschung ist angesagt. Aber die Frage war ja, kann dieser ganze Kram etwas dazu beitragen? Ich habe selbst hunderte von Büchern gelesen, das habe ich in meinem Interviewvideo auch schon angedeutet. Und irgendwann war ich dermaßen ausgelaugt, dass ich einfach um Hilfe gebeten hatte. Und die kam dann glücklicherweise in Form eines Menschen, einer Lehrerin zu mir und dann ging das alles ziemlich schnell. Also aus der relativen Ebene würde ich hier sagen, dass wenn man den spirituellen Weg abschließen möchte oder zu einer Seinserkenntnis gelangen möchte, am hilfreichsten ist, sich einem Menschen anzuvertrauen, der schon verwirklicht ist und vor einer gewissen Herzensbindung auch besteht. Und dieser Mensch darf auch durchaus streng sein. Bei mir persönlich war das zum Beispiel so, gleich am ersten Abend, als ich zum ersten Mal mit meiner Lehrerin zusammensaß, sagte sie am Ende des Gesprächs ganz unvermittelt zu mir, als wenn sie Hellseherin wäre, du hast bestimmt viel zu viel gelesen. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät. Und dann schaute sie mich durchdringend an und forderte mich auf, ihr alle meine spirituellen Bücher zu bringen. Da ich örtlich gesehen von ihr nicht weit weg wohnte, bin ich also relativ verdattert losmarschiert. Es war in einer Winternacht, habe eine große Tasche eines schwedischen Möbelherstellers geschnappt und mehr oder weniger alle spirituellen Bücher, die Bedeutung hatten, da reingetan und zu ihr gebracht. Und dann schaute sie mich an, sie nahm das große, schwere, schwere Paket entgegen und sagte, die siehst du nie wieder. Und nach einer ersten Irritation begann ich zu begreifen, was sie damit bewirken wollte. Es geht nämlich darum, dass du noch immer mehr Informationen dir ansammelst, noch zu mehr Satzsangst, noch mehr Bücher liest und noch mehr Dinge tust, sondern es geht darum, so viel loszulassen, wie es geht. Es geht darum, Platz zu schaffen in dir, damit das Sein in dir hochsteigen kann. Du bist schon das Sein, du bist schon das eine. Ich versuche nur Begriffe zu benutzen, damit die Seinskraft, die in dir schlummert, hochsteigen kann, brauchst du inneren Raum. Das ist ganz wichtig. Also, dir muss etwas weggenommen werden. Nicht nur Bücher und der Wunsch immer weiter, dich in spirituellen Kreisen zu bewegen, sondern vor allem die Illusion, ein kleines Ich zu sein, was auf der Suche noch unheimlich viele Dinge benötigt. Bücher, Meditationen und Übungen können etwas dazu beitragen, dich auf die richtige Spur zu bringen. Doch letzten Endes musst du allein in die Tiefe gehen und alles loslassen. Denn wenn du das nicht tust, zeigt das, dass du kein Vertrauen hast und keine Bereitschaft in dein wahres Selbst. Du irrst also dann auf der Oberfläche rum und findest nicht in die Tiefe, in die du gehen musst. Auf der Oberfläche ist hier nichts zu finden, was dich erfüllen könnte oder was dich zu deinem Ziel bringt, nämlich die Selbsterkenntnis. Das eine Leben, das du bist, will sich selbst erkennen. Und tantrischer Sex, es wird oft behauptet, dass tantrischer Sex zu Erleuchtung führen kann, weil dann irgendwelche Energien durch die Chakren nach oben steigen und dann kommt der Knall im Kopf oder das helle Licht oder sonst was und dann ist man erleuchtet. Das kann sein, aber genauso gut kann es sein, dass du erwachst, während du ein Eis isst oder einen Staubsauger reparierst. Das ist nur eine Oberflächengeschichte, die ich dir erzähle. Die tiefe Wahrheit lautet, dass nichts zu irgendetwas führt, weil es keine Zeit gibt. Und ohne Zeit gibt es keine Ursache und keine Wirkung, also führt in Wahrheit nichts zu irgendetwas. Es geschieht einfach oder es geschieht nicht. Es ist Glück, es ist Gnade, es ist egal, wie du das nennst, aber du hast damit nichts mit deinem Bemühen zu tun. Hier auf dieser Ebene kann eine Bereitschaft hochkommen, die über allem anderen steht. Das ist hilfreich. Das ist auch etwas, was du begreifen musst, die spirituelle Suche nicht weiterzuführen und diesen Spaß, den du vielleicht in diesen spirituellen und esoterischen Zirkeln hast, über dem zu setzen, was du dir eigentlich ursprünglich vorgenommen hattest. Möglicherweise bremst aber die Angst des Ego dich davor, wirklich zu diesem Ziel zu gelangen. Dein Wunsch zu erwachen muss größer sein. Also gib alle deine Bücher her oder wirf nur gelegentlich einen Blick da rein und wenn du deine Bücher durchschaust, sei wirklich äußerst kritisch und fühle in dich hinein, was ein bestimmtes Buch oder ein bestimmter Lehrer oder Lehrerin zu dir sagt. Führt es zu einer klaren Resonanz in dir oder führt es eher zu Verwirrung? Denn weil viele Menschen, die sich für spirituell erwacht halten, überhaupt nicht wissen, wovon sie reden, führen sie die spirituellen Sucher noch mehr in die Irre und tragen so nichts zum Erwachen der Welt bei. Es gibt viele Traditionen. Es gibt die buddhistische Tradition, die hinduistische, es gibt den Zen und diese Traditionen haben auch schon viele erwachte Menschen hervorgebracht. Aber im Grunde zählt nicht das Sitzen oder das Meditieren oder irgendwelche Gebete zu sprechen, sondern es zählt die innere Bereitschaft, die Öffnung dafür, das Leben einfach sein Werk tun zu lassen und nicht im Wege zu stehen. Ich nenne es mal Hingabe. Das kann auch eine Art Todesbereitschaft sein. Jetzt nicht, dass man suizidal ist, aber wenn einem irgendwann alles dermaßen egal ist, im besten Sinne und sagt, Herr, wie viel meine Wege? Oder sein, wie viel meine Wege? Es muss ja nicht christlich sein, es kann ja irgendwas sein. Dann ist man schon auf einem guten Weg. Du kannst als Person nichts tun, außer die Bereitschaft zu entwickeln, alles loszulassen, auch deine Bücher, deine Meditationen und alles, denn den letzten Schritt gehst du ganz allein.